Hallo und guten Tag und herzlich Willkommen hier bei Shogi Banoki Daily. Der Schreier ist hier der Christian, der ruhige ist der Sascha und heute am 28. Oktober haben wir heute auch das Geburtstagskind des Tages. Ja, kannst du, willst du es rausschreien oder willst du es nochmal? Julia Roberts hat heute Geburtstag. Ihr kennt Julia Roberts, Pretty Woman. Julia Fiona Roberts, bekannt natürlich durch Pretty Woman, der Filmklassiker mit Richard Gere. Aber auch durch Filme wie Die Akte, Die Hochzeit meines besten Freundes, Notting Hill, Aaron Brockovich und natürlich Oceans 11. Oceans 11 1, Oceans 11 2, Oceans 11 3 und Oceans 11 4. Wurde aber unbenannt in Oceans 12, Oceans 13, Oceans 14, Oceans 15, Oceans... Was ein Rotz, ehrlich. Alles Gute Julia. Julia, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Am 28. Oktober 1919, kurz bevor Julia Roberts geboren wurde, wird das Prohibitionsgesetz in den USA verabschiedet. Das heißt also, die Herstellung und Verkauf von alkoholischen Getränken wurde dadurch untersagt. Nichts mehr glucki-glucki. Scheißdach. Nein, nein. Aber dann, ab dem Zeitpunkt haben sie sich gedacht, dann machen wir daraus Mafia-Filme. Richtig. Machen wir jetzt mal die richtige Kohle und verfilmen das noch. Gelegenheit benutzt und direkt, zack, Mafia-Filme gemacht. Ja, kennst du es? Mit dem Ping-Ping-Ping-Ping-Ping in die Zerge rein und dann kommt der ganze Alkohol raus. Richtig. Weißt du? Ja. Manche mögen es heiß. Kennst du? Ja. Woher? Auf dem Fernsehen. Ja, sehr gut. Mit wem? Mit dem Schauspieler und der Schauspielerin. Ja, die beiden sind ja dabei. Gut. Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lennon. Lemon. Lemon heißt er, glaube ich. Der hat ja auch später das Lied gemacht, Lemon Tree. Es ging dann um den Stammbaum von den Lemons. Verstehst du? Lass mich raus hier. Lass uns die Sendung mehr, dass ich hier rauskomme. Das war der 28. Oktober. Morgen sehen wir uns wieder am 29. Oktober. Da geht es weiter. Tschüssi, Sophie. Ich bin raus.